Stoffwechseltraining, Kraft-Zirkeltraining mit Kardioblöck 1.5.2.10. Direkt zur nächsten Übung, machen wir ein bisschen kurz. Nächste Übung, Vorgeholtz-Rudern. Erste Einhalt durch, 30 Sekunden Pause. Nächster Übung, Vorgeholtz-Rudern. Und ab, die Karte-Bereich. Fünf Minuten, Radio, in meinem Fall Walking, da könnt ihr euch auch gerne joggen. Nächster Übung, 6 Stundenkilometer, Steigung 6 Prozent. So, und das geht jetzt fünf Minuten. Das Ganze kann man insgesamt zwischen 5, 10 und 15 Minuten absolvieren. Gerne auch als Cardiointervalltraining. Natürlich auf unterschiedlichen Geräten. Mal Laufbahn, mal Großtrainer, mal Ergometer. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Fünf Minuten sind durch. Und das Ganze nochmal. Im zweiten Durchgang auf den Großtrainer, dritten Durchgang auf den Ergometer. Perfektes Fettstoffwechseltraining. Dann family. Und das ist der Arschluss. Oder, wie es das ist.